Hier irgendwo müssen doch noch die ganzen Leichen sein. Na, vielleicht da oben? Ach, da komm ich natürlich erstmal nicht hin. Hä, wo geht's denn hier hoch? Ach, Menno. Seid mal nicht so. Okay, hier sind sie auch nicht. Hä, man kann ja schlecht sagen, habt ihr zufällig ein paar Leichen hier in der Gegend gesehen? Ja, die da haben wir schon. Ja, komm mit. Wow. Mann. Blöder Blitz. Meine Jüte. Ah, da sind welche. Wollte schon sagen. Ich weiß noch, irgendwo hier hinten gab es noch welche. Jetzt ist euch die Frage, wo genau. Komm doch mal hier. Ne. Hier war es schon mal nicht. Ist schon ein bisschen nervig, nicht zu wissen, ob die anderen Leichen sind. Guck mal, woher ist hier drin? Ah. Wollte schon sagen. Ich bin doch eigentlich ganz gut an Leichen auch zu spüren. So, na gut, dann können wir jetzt mal in die Höhlen unterhalb von Kammwald. Wo führt das hin? Werden wir sehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hm, könnte vielleicht ein Fluchttunnel mal gewesen sein. Aber auf jeden Fall weise ich schon mal erstmal Licht an. Und hier sind auch ein paar Geister unterwegs. Das heißt, hier waren auch welche, als das Dorf überflutet wurde. Oh, Sturmherz erhalten. Ach, ein neues Erz schon wieder. Ah, jetzt hier wahrscheinlich hin. Oh, Mann. Duster, wollte ich gerade sagen. Mann. Ich muss mich die Höhle so erschrecken. Ah, ein Paragon-Schimmer. Oh nein. Ein Dämon der Verzweiflung. Wir haben kein Feuer da. Das Mutter, anscheinend brauchen wir kein Feuer diesmal. Mistviech. So, jetzt ist mal Ruhe hier. Na, dann weiter runter in die Tiefe. Hier unten gibt es Zwernruinen. Diese Gegend birgt mehr Geheimnisse, als ich gedacht hätte. Das ist nämlich mal interessant. Außer mal hat man so weit gereicht. Oh, und da ist ein riesiger Feuer-Dämon. Okay, jetzt bin ich froh, dass wir Vivian haben. Ah, hier kann ich ein Schloss knacken. Mal schauen, was ist denn hier. Der verlorene Außenposten, eine Tafel. Bekannte und weniger bekannte Paragons. Was ist das hier drin? Ring des verbesserten Schlafpulvers. Ah, da juckt es einen förmlich darin, diese Technik zu erlernen. Oh, oh. Hier ist ein Heiltank. Stirb, du bist fiech. Aber wirf. Ich meine, m'lady. Aha, und Stufe 12 auch noch. Super. Und wir haben dem Geist der Herrschaft einen Gefallen getan. Na gut, schauen wir doch mal. Was können wir denn jetzt lernen? Okay. An sich haben wir hier jetzt alles gelernt, was ich lernen wollte. Also schauen wir doch mal. Vielleicht machen wir hier jetzt mal weiter. Im Schatten verschollen, du lebst in der Dunkelheit. Der Übergang in die Verstohlenheit geschieht jetzt augenblicklich und entfährt jegliche negative Effekte, von denen du betroffen bist. Während du verstohlen bist, kannst du dich sogar unbemerkt durch Gegner hin und durchbewegen. Oh. Verweilende Schatten. Du bleibst noch kurz. Ey. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte lesen. Nein. Ach, Menno. Dammit. Jetzt habe ich was gelernt und weiß nicht mal was. So ein Scheiß. Verweilende Schatten. Du bleibst noch kurz Zeit verstohlen, nachdem du angegriffen oder Schaden erlitten hast. Na, klingt doch ganz nett. Ah, da ist also der große Riss. Aber wir sollten wohl erstmal hier lang. Cassandra, würdest du bitte die Wand eintreten? Ja, das schafft sie ohne große Probleme. Das ist eine schwere Axt. Wenn wir schon so eine alte Schatzkammer finden, sollten wir sie auch ausplündern. Vorreiterpassung Beinschutzplan, na dann. Na gut, aber mehr hier fahre ich anscheinend nicht. Na gut. Dann füllen wir nochmal kurz unsere Heiltränke auf und dann geht's los, um den großen Riss da zu schließen. Na dann. Auf geht's. Ah, dann, Cassandra, mach mal magische Säuberung. Okay, mal schauen. Okay, sie kann's doch nicht ganz. Mist, das war zu spät. Ach, das ist jetzt schon die dritte Runde. Der Riss ist immer noch nicht erledigt. Und die vierte Runde. Ah, diesmal kann sie, diesmal kann sie. Komm schon. Ach, kann schon sein, oben. Loga zwei getroffen, super. Ah, tucker. Okay, einer ist noch da und den sollte Bulle ja wohl schaffen. Und... Ja. Ha, geschafft. Der Riss unterm See ist geschafft. Nun, es kam bald wieder sicher. Ausgezeichnete Arbeit. Nun sollten die Toten auch liegen bleiben. Lasst uns den Bürgermeister informieren. Ja, der Bürger ist doch bestimmt froh, dass es jetzt durchstanden ist. Ach, da geht's weiter. Ach, hier ist noch so ein Autofakt. Je mehr, desto besser. Ach, da ist eine Tür. Seid ihr sicher, dass wir auf diesem Wege hier rauskommen? Ich spüre einen Luftzug. Irgendwo in der Nähe muss ein Ausgang sein. Aha. Na dann. Ach, hier ist auch eine Tür. Ah, und hier ist eine Treppe und eine Leiter, also. Müssten wir theoretisch doch richtig sein. Sieh nach, welche deiner Fähigkeiten dir Bohne gegen Dämonen oder Risse im Nichts gewähren. Ach, das machen wir doch ständig. Dann schauen wir uns nochmal Kammwald an, nachdem der verdammte Riss geschlossen ist. Das heißt, falls er jemals fertig ist, mitladen. Ja, dann schauen wir uns nochmal Kammwald an. Ja, dann schauen wir uns mal klatschen. Das heißt, es macht es ein Lieblchen. Das ist halt zu sein. Ja, dann machen wir uns mal Fragen. Nein, auf jeden Fall. Und dann geben wir uns mal Auswahl an. Und dann geben wir uns mal. Der ist eigenart. Was ist ein Beispiel. Und dann sagen wir uns mal. Und dann machen wir uns mal. Und dann machen wir uns mal. Und dann schauen wir uns mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, schon wieder so eine Höhle. Okay, da ist ein Hebel.